Du liebst Tiere und möchtest mehr über die richtige Haltung von ihnen erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Ich zeige euch die artgerechte Haltung von Tieren sowie die richtige Ernährung. Außerdem erwarten euch Videos wie Tierroutinen, Infovideos, DIYs für eure Tiere und vieles mehr. In meinem Faktenvideo stelle ich Tiere von Freunden, Familie usw. vor. Da gibt es Hunde, Katzen, Kaninchen und andere Tiere. Aber auch Tiere von mir. Das ist mein Hamster Frodo. Und das ist unser Hund Aladin. Außerdem haben wir noch unseren zweiten Hund Ria. Ich möchte mit diesen Videos erreichen, dass Menschen lernen, was artgerecht bedeutet und wie sie ihre Tiere richtig halten. Denn Tiere haben ebenfalls ein wunderschönes Leben verdient und wollen nicht in engen Käfigen gehalten werden. Wenn euch diese Themen ansprechen und euch mein Kanal gefällt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Habt einen schönen Tag und bleibt alle gesund. Tschüss!